Hallo, ich habe klassisch Wirtschaftsinformatik studiert, weil ich mich immer für das IT-Thema interessiert habe und bin in mein aktuelles Berufsbild eigentlich so durch Zufall reingerutscht. Also ich bin total analytisch. Ich habe eine kreative Seite, aber wenn ich mich entscheiden sollte, dann bin ich eher der total analytische Typ. Nein, man muss nicht physisch anwesend sein. Es hilft durchaus, aber man kann definitiv auch remote arbeiten. Ich brauche nur ein Laptop. Meine komplette Arbeitsausstattung ist wirklich nur ein Laptop. Ja, das wichtigste Argument für die Cosmo ist eigentlich die Größe und die Internationalität, aber neben der Internationalität dann auch wieder das Lokale, dass man wirklich um seinen Standort drumherum ist. Dadurch, dass die Firma auch eine relativ gute Größe hat, gibt es auch viele Möglichkeiten, sich dort auch weiterzuentwickeln in unterschiedliche Bereiche oder vielleicht auch unterschiedliche Geografien. Von daher fühle ich mich da sehr gut aufgehoben. Unbedingt würde ich meinen Job weiterempfehlen. Also ganz klare Kaufempfehlung, ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.